Was ist die Erwartung des ZEISS? Ja, 2008 sind wir dabei gewesen, die Firma Festool und ich, bei uns in einem bestehenden Werk die Karte einzuführen, ist einfach mal so ein bisschen die Impression zu geben. Wie fühlt sich denn der Coach bei der Einführung? Wie fühlt sich denn der Mentee bei der Einführung? Das ist auch ganz toll. Und die dritte Dimension bei mir, und das werden Sie nachher sehen, ist so ein bisschen, was spielt sich denn zwischen den Zeilen ab? Ja, auch so, vorhin war es mal so Richtung Kultur, oder was, ich habe da so ein paar Beispiele, was kann ich denn zeigen, in welcher Umgebung? Weil meiner Meinung nach, was ich erfahren habe, es ist weniger die Methode, die dann am Schluss scheitert. Das wird zwar vorgegeben, aber es sind ganz, 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 ganz kleine Dinge, an die Sie gar nicht gedacht haben, woran es letztendlich scheitert. Ich komme dann ein bisschen später dazu. Das heißt, mittlerweile waren Sie in der Lage, das Ganze zu lesen. Ich bin seit 2008 mit der CADA beschäftigt, die habe ich in einem Werk in Wetzlar eingeführt, mit dem Herrn Schwarz damals haben wir die. Warum haben wir die eingeführt? Sie haben es vielleicht auch gelesen, ich komme von der Firma Bosch ursprünglich, habe das Bosch Produktionssystem ein Stück weit für den Geschäftsbereich mit eingeführt und bin dann gewechselt. Und dann haben wir typisch angefangen, neue Firma, neue Workshops, prima, ganz toll. Und haben dann von 2004, 2005 bis 2008 so die klassischen Tools eingeführt. Ganz prima. Nur 2007 haben wir dann gemerkt, es funktioniert nicht mehr damit. Also nur die Tools, da passiert nichts mehr. Was haben wir dann gemacht? Entschuldigung. Was ist die typische Vorgehensweise, wenn es nicht funktioniert? Komm. Bitte? Okay, noch ein Versuch. Trainer austauschen. Fluchtreffer, der rufsetzt. Fast. Fast. Ja, nee, was wir gemacht haben, Frau Schneider, was haben wir denn gemacht? Nee, wir haben ein Team gegründet. Ja. Nein, das war jetzt böse, Arbeitskreis. Nee, 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 nee. Wir haben ein Team gegründet, ja, und haben dann gedacht, eigentlich unsere Denkweise war, weil es waren immer die gleichen, das kennen Sie, es sind immer die gleichen, die vorne ziehen, damit der Karre da irgendwo läuft. Und haben gedacht, wir duplizieren uns einfach. Und haben, glaube ich, acht junge, relativ junge, gute Leute, teilweise in Führungsebenen, genommen und haben die geschult. Zu gewissen Firmen gebracht, haben die geschult, haben die dann zurückgebracht. Was glauben Sie, was passiert ist? Ja, wenn der schon so komisch fragt. Ja. Es hat nicht funktioniert. Sie konnten das schon alles, geschäftliches Neues, wir können das besser als die Änderung. War ein bisschen anders. Was ist Ihre Meinung? Ja, die wollten es anders tun. Die wollten das anders tun, die hatten nur ein Problem. Und was war? Die nächste Ebene. Die hatten ein paar andere Ideen. Und jetzt können Sie sich natürlich vorstellen, wenn Sie verantwortlich für einen Teilbereich sind, Abteilungsleiter oder Gruppenleiter, und jetzt kommt da so einer von so einem Kaisen-Team und will Ihnen erklären, wie das demnächst besser geht, dann haben Sie schon eine gewisse Aversion. Wenn der das nicht beweisen kann, haben Sie da ein Problem. Und so war das bei uns. Wirklich, die Führungskräfte haben einfach nicht mitgezogen. Also, und da kamen wir dann in das Spiel, da haben wir dann sein Buch gelesen damals, und haben gesagt, ah, okay, probieren wir doch mal. Können wir da mal tun? Also, wie binden wir die Führungskräfte ein? Für uns und für mich speziell hat Kata extrem viel mit Führungskräfteentwicklung zu tun. Das heißt, ich hoffe, in den 20 Minuten mit den Fragen der Beschäftigung, die Führungskräfte kommt aus seiner alten Rolle nicht raus, ah, jetzt funktioniert es, also über die Schwierigkeiten, die Darstellung, klare Definition der Kennzahl und Spaß direkt. Fangen wir mal an, die Zeit ist eh so knapp. Die Führungskraft. Wir hatten, ich denke, das kennen Sie auch, ich hatte Führungskräfte, die waren 30 Jahre lang Führungskraft. Was heißt Führungskraft? Zumindest in das Unternehmen, das war, damals hieß es noch Helensholt, nicht Carl Zeiss. Was glauben Sie, was da als Führungsverständnis war? Ja, was noch? Ich kenne die Lösung, ich bin Chef. Und das ist auch gar nicht mal so von der Hand zu weisen, ja, weil normalerweise, wenn Sie umgucken, ich bin da immer ein bisschen ganz gern provokant und ich hoffe, ich treffe Sie da nicht, sondern ich reg Sie eher zum Nachdenken da an. Wenn Sie gucken, wie werden Führungskräfte, Führungskräfte, dann ist es doch in der Regel durchaus so, dass irgendwelche Probleme im Raum stehen und diejenigen, die tolle Lösungen haben, wie die auch immer umgesetzt werden, aber die schnell tolle Lösungen haben, ja gut, die setzen sich, ich drücke es mal positiv aus, von der Masse ab. Der Rest können Sie sich denken. Ja, also es ist durchaus ein gewisser Mechanismus dahinter, ja, der ist leider so. Und so einem Mensch bringe ich jetzt bei oder wir haben versucht und sagen, ne, ab heute du keine Lösung mehr. Das ist glaube ich, wie sich der gefühlt hat, ganz bombastisch. Das heißt, der hatte richtig ein Problem mit seinem Eigenverständnis als Führungskraft. Das war irre schwer, war irre schwer. Was ist die Gegenseite da davon? Ja, der Mitarbeiter. Was glauben Sie, wie der sich plötzlich gefühlt hat? Chef kommt, bitte tun Sie das und das. Mitarbeiter tut und plötzlich kommt der Chef und sagt, nö, das machen wir jetzt anders, zeig mir mal die Lösung. Der hat sich auch nicht toll gefühlt. Also das müssen Sie einfach bei der Einführung extrem berücksichtigen. Was haben Sie für eine Rolle, wie ist Ihre Kultur? Ich komme nachher nochmal dazu. Und wie möchten Sie das dann aufsetzen? Das muss Ihnen einfach nur bewusst sein. Ich sage nicht, das ist gut oder schlecht. Bitte verstehen Sie mich da richtig. Ich sage nur, wenn Sie es einführen möchten, müssen Sie sich dessen bewusst sein. Und dann entsprechend letztendlich zu reagieren. Das heißt, was ich heute habe, gerade am Anfang, ist immer noch die Lösungsdiskussion. Das heißt, Chef kommt zwar mit den fünf Fragen im Kopf, hat vielleicht auch noch seinen Zettel, aber er hat schon irgendwie eine Lösung im Kopf. Das ist schon fatal. Aus meiner Sicht einfach fatal. Was die Damen und Herren lernen im Moment, manchmal mehr oder minder schwierig, ist, im Prinzip mit einem leeren Kopf zu fragen. Versuchen Sie das mal. Das ist verdammt schwer. Richtig mit einem leeren Kopf zu fragen. Weil der Rest kommt dann automatisch. Das heißt, sobald Sie eine Lösung haben, werden Sie irgendwann eine Suggestivfrage stellen. Kommen Sie gar nicht vorbei, ob Sie wollen oder nicht. Was oft dann auch stattfindet, ist, der Coach macht sich eigentlich relativ wenig Gedanken, wo steht mein Mentil? Ja, wenn er fragt, wo steht er? Das Beispiel hatten wir gestern Morgen. Aber ganz toll. Wo Ihnen klar geworden ist, wo steht der eigentlich? Nach sechs Monaten war der immer noch sehr, sehr zögerlich dabei, aus seiner Komfortzone rauszugehen. Ja, und das hat er ihm versteckt mitgeteilt. Er hat es ihm nicht direkt gesagt. Er hat dann gesagt, Chef, das mache ich nicht. Nee, was hat er gemacht? Er hat eine Zielkurve dargestellt, für seinen Zielzustand, und dann hat er eine zweite Kurve darunter dargestellt, was er sich zutraut. War irre. Also, bis wir gemerkt haben, ah, okay, der will aus seiner Komfortzone, will er einfach nicht raus, weil es einfach, es ist für ihn besser, zu sagen, naja gut, das Ziel habe ich mir zwar jetzt vorgenommen, aber so irgendwie traue ich mir das nicht ganz zu. Also hat er uns versucht, dann im Prinzip die Kurve zu verkaufen, die er dann letztendlich so, naja, sich zumindest selber zugetraut hat. Was tun wir ab und zu, oder in den Bereichen, in denen ich da tätig bin, hat sich ganz gut bewährt, das auch, was Sie sagen, diese, eine Gruppe zu haben. Ja, also eine, nicht nur den Coach-Coach, sondern eine Gruppe, die dem anderen immer zuhört. Ich habe relativ gute Erfahrungen gemacht, wenn ich sage, hey, passt mal acht, ihr Beobachter, die den Coach beobachten, setzt euch im Vorfeld mal zusammen und sagt, auf was solltet ihr denn achten? Also bestimmt mal drei bis fünf Kriterien, worauf der achtet. Und die dürfen auch wechseln. Also nach zwei Monaten kann es sein, A, sind völlig andere Fragen, und, oder es gibt ein Coach, die hatte ich auch schon, die ganz speziell gesagt haben, hey, und bei mir bitte darauf achten, sobald ich Lösungen anspreche. irgendein Zeichen. Also das ist wirklich, wirklich ganz gut, und was sich bewährt hat, ist auch zu achten, dass es nicht zu viele Kriterien sind. Sonst wird es einfach zu lange. Die Darstellung vor Ort, ich glaube, wir hatten es, ich weiß gar nicht, wer es schon mal gehabt hat, Darstellung vor Ort meine ich, diese Tafeln, diese Flipcharts, und wie präsentiere ich meine Ergebnisse. Ich habe das mal so ein bisschen provokanter hingeschrieben, Sie sollten die dem Umfeld anpassen. Ich komme gleich da drauf. Ich meine, die Firma Zeiss ist sehr heterogen, also wir haben Semicontakte-Hersteller, die wirklich im, was weiß ich, Nano, Nano, Nano-Bereich fertigen, und sehr high-end technologisch unterwegs sind. Dann gibt es andere, die sind weniger technologisch unterwegs. Ich springe mal vor. Und da gibt es auch Unterschiede in der Darstellung. Jetzt sagen Sie ja logisch, völlig klar, soll ja auch so sein. Sie müssen es sich nur immer wieder klar machen. Das war das, was ich vorhin gesagt habe. Warum? Es gibt Bereiche, die mögen, oder die können mit diesen relativ pragmatischen Dingen einfach besser umgehen. Für die ist das leichter. als für andere Bereiche, die hier im Prinzip schon mehr ins Akademische gehen müssen. Wegen ihrem Umfeld. Klingt blöd, aber ist so. Also wenn der Mentee oder der Mentor aus diesem Bereich so etwas vorstellen würde bei monatlichen Runden in den Bereichen, ich möchte nicht sagen, dass er nicht ernst genommen wird. Aber es spielt eine enorme Rolle. Und dann geht Ihnen das Ding kaputt und es hing eigentlich nur an der Darstellung. Das müssen Sie sich immer mal wieder auch immer wieder dann auch vor Augen führen. HR-Bereich, Sie kennen den. Eine völlig andere Darstellung. Ich glaube, Sie haben mich auch ganz komisch angeguckt, als wir da reingegangen sind. Das ist die Tafel von dem HR-Bereich, von der Dame, die den Recruiting-Prozess von zwei Tagen auf 60 Minuten bringen möchte. Die Struktur ist, Sie können es nicht erkennen, die Struktur ist ähnlich. Das ist mir wichtig. Aber sie hat das im Prinzip selber so kreiert, hat das mit ihrem Chef so dargestellt. Finde ich klasse. Das in einem Produktionsbereich, das Ding ist tot. Im richtigen Produktionsbereich, das Ding ist tot. Also einfach nur so ein bisschen am Beispiel Ihnen gezeigt, was ich da meine. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Das ist auch ganz spannend. Sie hatten vorhin, ich bin absolut bei Ihnen, das Problem. Was ist das Problem? Das ist ganz wichtig. Für mich noch oder genauso wichtig ist im Prinzip das gleiche Problem Verständnis. Ganz kurze Frage. Produktivität. Ist das eine Ergebnis-Kenngröße oder eine Prozess-Kenngröße? Prozess-Ergebnis. Geht schon los. Super. Problem erkannt. Wir haben ein Problem in der Produktivität, aber es fängt schon an mit der Definition. Und da sind Sie schon am Ende. Ich gehe da mal durch ein Beispiel dadurch. Aufgrund der Zeit kann ich es nicht ganz, ich denke, Sie werden es sehen. Das eine ist die Definition. die kennt noch, glaube ich, relativ jeder. Was wir tagtäglich tun, war selber Chef, hey, die Produktivität von 60 auf 80 Prozent. Alles klar? Klar, oder? Bitte? Ist egal, aber im Prinzip ist ja alles klar. also könnte der aus der Tür gehen. Das hat er drei Jahre lang gemacht, die haben es nicht verbessert. Bis die sich mal ein bisschen zusammengesetzt haben und gesagt, was steckt denn dahinter? Ah, okay, Gutstück, Anwesenheit und, und, und. Also die sind wirklich mal ein bisschen mehr ins Detail reingegangen. Ah, okay, und wenn ich das verändern möchte da, was muss ich denn tun? Gibt es zwei Möglichkeiten. Auch aufgrund der Zeit gehe ich da ein bisschen schneller durch. Das eine erhöhen oder das andere erniedrigen. Also sprich, die Menge rausholen oder die Anwesenheit. Das ist völlig logisch. Sie müssen es immer nur auf dem Weg dann letztendlich sauber erklären. Ja. So, was der sich entschieden hat, ist, sehen Sie da, soll die Stunden und die Anwesenheit produktiv hat er dann ausgerechnet. So, sind Sie jetzt fertig? Na, wenn er schon wieder so fragt, ne? Nee, Sie sind nicht fertig. Weil der gemerkt hat, nachdem er mal ein bisschen weiter nachgedacht hat, hey, hinter diesen 2000 Stunden stehen diese Bereiche. Um dann wieder weiterzukommen und dann zu sagen, ah, okay, welchen Bereich gehe ich denn letztendlich an? Und dann sind wir auf diesen einzelnen einzelnen Bereich gekommen. Das war jetzt alles ein bisschen schnell, aber überlegen Sie bitte, wo Sie am Anfang einsteigen und wo Sie enden. Ganz, ganz vorne. Wir haben die Produktivität von 60 auf 80 Prozent zu steigern. Funktioniert nie. Originalton, Sie unterbrechen mich, Herr Ring, wenn ich was Falsches sage, ich glaube, der Mitarbeiter hat dann zu Ihnen gesagt, hey, das ist seit drei Jahren das erste Mal, dass wir ein gemeinsames Verständnis von der Produktivität haben. und wir marschieren los. Das war ein Stück weit von Ihnen die Frage, das Problem. Problem ist gut, aber Sie brauchen ein Problemverständnis. Haben wir das Gleiche verstanden? Und Sie sehen, ich glaube, eine Woche haben Sie mit dem gearbeitet, um das ganz letztendlich so darzustellen, damit der wusste, aha, okay, ich muss in diesen Bereich reingehen, um den letztendlich zu verändern. Soll Ihnen einfach nur zeigen, es ist, Sie müssen tiefer gehen, sonst wird das einfach zum Erfolg führen. Spaß, das war auch so ein typisches, ich weiß nicht, irgendjemand hat mich beim Essen gefragt, kennen Sie sicher auch, Sie fangen was an, auch wir haben angefangen, typisch, Produktivität, und der hat uns eine ganze Woche lang am Anfang versteckt, am Schluss sehr hart gesagt, ich habe eigentlich keine Zeit dafür. Ich habe so viel zu tun, ich habe keine Zeit dafür, also bleib mal vom Hals. Gut, was wir dann getan haben, gesagt, okay, du hast keine Zeit dafür, wie sieht denn dein Tagesablauf aus? Ah, ich habe hier immer, ich kriege immer, das waren in der Beschichtung, ich kriege hier immer Teile irgendwo in meinen Bereich reingestellt, da muss ich mich um Papieren kümmern, da muss ich mich um das kümmern, ich habe keine Zeit für was anderes. Da sind wir hingegangen, ganz relativ logisch, wir haben denen mal so einen Tagesablauf erarbeiten lassen, haben gesagt, okay, gut, prima, wie hättest du es denn gern, dass es abläuft, wenn dir irgendeiner so ein Teil auf die Füße bringt? Ja, ich hätte gern das, 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 das und das haben wir ihnen mal aufschreiben lassen und haben dann gefragt, okay, wenn das so abläuft, was glaubst du denn, wie viel Zeit du hast? Ah, dann habe ich mindestens 30 Minuten pro Tag und kann das tun. Also haben wir zwei Monate lang mit dem gearbeitet, damit er das in die Realität einführt. Das kontrolliert er auch noch im Moment, sodass er uns im Prinzip jetzt nicht kommen kann, da habe ich keine Zeit. Nee, dafür haben wir dir den Prozess sauber gemacht und haben dir freie Zeit geschaufelt. Letztes Thema, Sie erkennen das, da ist es immer wieder hingegangen, die Kulturfrage. und Kultur hat auch, ich hatte es am Anfang gesagt, wie ist das Verständnis von der Führungskraft, wie ist das bei Ihnen im Unternehmen? Ich war mal in einem Teilbereich und da hat der, der Chef hat sich immer wieder aufgeregt, hat gesagt, ich habe denen jetzt so oft gesagt, Sie sollen mir Vorschläge machen, wie Sie Ihre Bereiche kleiner machen, schlanker machen, effizienter und zusammenführen zu können. Die machen das nicht, die machen das nicht. Okay, gut, ich habe mir das eine Weile angeguckt und war irgendwo relativ logisch, was da stattfand, das Belohnungssystem der Führungskräfte, ich drücke es mal hart aus, war auf Haben ausgerichtet. Also der, der am meisten Mitarbeiter hatte, der das meiste Budget und die meisten Investitionen hatte, hatte natürlich auch in der Bewertung das meiste Geld bekommen. So und dem sagen Sie jetzt, ey, bitte mach deinen Bereich kleiner. Das Erste, was bei dem anfängt zu tickern, ist, ey, Freunde, nicht mit mir, dann habe ich kein Geld, ich habe keinen Einfluss, Sie verstehen. Und auch da sage ich wieder, ich sage nicht, dass die Kultur schlecht ist, ich sage nicht, dass die Bewertung schlecht ist, aber nochmal, ich glaube, hier sind genügend Führungskräfte da, machen Sie sich dessen bewusst, wenn Sie es einführen. was immer Sie dann daraus tun, nur wenn es nicht bewusst ist, kann es hochgradig schieflaufen. Das heißt, letztendlich kann Ihnen das passieren und vor allem kann Ihnen das passieren, wenn es Ihnen nicht gelingt, die Kata als Kultur einzuführen. Wenn Sie es als Projekt tun, ich sage es, es wird schwierig. Okay, das war es. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.